Ich bin der Sven Dorst, bin 21 Jahre alt und bin jetzt im zweiten Lehrjahr nach einer Ausbildung zum Kaufmann im E-Commerce bei der EGO. Die Ausbildung dauert im Normalfall drei Jahre. Diese Zeit lässt sich bei guten Leistungen aber auch etwas verkürzen. Berufsschule findet im Blockunterricht statt, heißt man hat immer wieder ein paar Wochen, die man in der Firma arbeitet, und dann wieder zwei, drei Wochen, in denen man in der Berufsschule ist. So vermischt sich Theorie und Praxis etwas. An meiner Ausbildung begeistert mich vor allem die Selbstständigkeit und auch die Aufgaben, die man bekommt. Das sind eigentlich immer Aufgaben, die auch wirklich gebraucht werden und keine 0815 Aufgaben, die irgendwie nur zur Beschäftigung von uns Azubis sind, sondern auch immer echte Projekte. Der Arbeitsalltag ist sehr flexibel, deswegen schaut bei mir eigentlich jeder Tag ein bisschen anders aus. Was immer gleich ist, morgens beginne ich, bevor dann die ersten Termine sind, mit ein bisschen organisatorischen E-Mails auf Termine vorbereiten. Aber ansonsten ist jeder Tag eigentlich anders, je nachdem, ob man Termine oder Aufgaben hat. In jeder Abteilung bekommt man einen festen Arbeitsplatz mit allem, was man braucht, zur Verfügung gestellt, von PC bis Schreibmaterial. Die Chancen, übernommen zu werden, sind gut. Bei sehr guten Leistungen wird auch eine Übernahme garantiert. Neben einem großen Interesse am Online-Handel sollten vor allem der Umgang mit Zahlen, Kreativität und Kommunikationsfähigkeit zu deinen Stärken werden. Das Besondere an Ergo als Arbeitgeber ist das freundschaftliche Verhältnis der Kollegen untereinander. Dies wird nochmal gefördert durch Angebote wie Ergo Sports. Hier können Kollegen in der Freizeit sich treffen und verschiedene Sportarten miteinander ausüben. Auf den Zusammenhalt zwischen uns Azubis wird von Anfang an sehr viel Wert gelegt. So haben wir immer wieder Events, auf denen wir uns treffen und besser kennenlernen können.